3, 2, 1, Activate! Leutnant Lee schiebt schon mal seinen Gegner durch die Arena. Per Huht selber in die Grube gefahren wird, kann dann passieren. Jetzt sind nur noch Leutnant Lee und Tratrat übrig. Rettrat, da er gerade in die Ecke drückt, Leutnant Lee und Tratrat trägt die Chance. Rettrat konnte sich betreiben, aber gerade unter die Wande gefahren. Zehn Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1, Ende! Rettrat! Rettrat!